Elia Wood, Star ist erneut Vater geworden. Beiläufiger kann man eines der wichtigsten Ereignisse im Leben wohl kaum verkünden. Gegenüber dem Wall Street Journal hat Herr der Ringe Star Elia Wood, 42, verraten, dass er bereits zum zweiten Mal Vater geworden sei. Wir haben einen drei Jahre alten Sohn und eine 14 Monate alte Tochter. Erklärte Wood, wodurch die Geburt seines zweiten Kindes gegen Ende 2021 stattgefunden haben muss. Weitere Informationen wie der Name seiner Tochter waren dem Frodo-Darsteller leider nicht zu entlocken. Wood sagte jedoch, dass die neugeborene ihn und Partnerin Mette-Marie Kongsved, 31, früh aufwecken würde. Dies stelle aber kein Problem dar, denn der 42-Jährige stehe nach eigener. Aussage gerne früh auf. Wood und die dänische Filmproduzentin Kongsved sind seit dem Jahr 2018 liiert. Kennengelernt haben soll sich das Paar am Seet von Wood's Netflix-Film Fremd in der Welt. Den Kongsved produzierte. Im Jahr 2019 wurde Sohn Evan geboren, der nun eine kleine Schwester hat. Das war's. Das war's. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020